So, nach einer kleinen Pause geht's weiter. Ich habe mir nur kurz einen Schluck aus meiner koffeinhaltigen Flasche gegönnt, mit Inhalt natürlich. Kacke. Und ich habe mir überlegt, um mal wieder ein bisschen zu labern, ich rede weiter über mich, glaube ich, um mich euch vorzustellen. Kacke, da konnte ich nicht rüberspringen. Ja, ich dachte mir einfach, ich sage nochmal hallo, ich bin der Funk-Royal. Mein Name dürfte man mit... was soll ich denn mit dir? Mein Name dürfte man mittlerweile auch mitbekommen haben. Ja, ich halt... Das war nett. Das war echt nett. Nummer 3 ist, glaube ich, auch wichtig. Ja, ich heiße eigentlich Max... Maximilian, wie auch immer. Wenn... wo war das Teil jetzt? Hier, hier, da. Hier und hier, okay. Also hier rüber. Dürfte zu... Quatsch. Bin ich dumm oder was? Ja. So, so, und wir holen uns das Leben. Danke. Oh. Und damit haben wir... Drei Chancen. Okay. Drei Chancen, drei Energietanks. Kann man vier haben? Es sieht... Doch, es sieht so aus. Ja, man kann vier haben. Gut. Also noch einen finden. Ähm, ja. Ich wohne in Berlin. Ich bin 23 Jahre alt. Und ich, äh... Ja. Hab für meine eigene Wohnung, meinen eigenen Computer, natürlich. Meine eigenen Pflanzen. Bin ein wenig bekloppt. Was ein paar... Ah. Ich hasse dieses Level jetzt schon. Verdammt. Ich bin ein wenig bekloppt, was ein paar Leuten von euch eventuell aufgefallen sein dürfte. Also ich bin nicht ganz normal. Ein wenig... Meh, sugar. Okay. Bist du wat? Hier spreng rüber. Hier spreng rüber. Und hier spreng hoch. Ich wollte schon irgendwas... Ein Item ein... Oh mein Gott. Okay, ich benut... Moment, 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 Moment. Gut. Ich benutze mein Jet. Aber ansonsten... Ich bin nicht so doof. Ich bin nicht so doof. Wie ihr hofft. Nein, nein, nein. Funkoial ist nicht so doof. Ta, 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 ta. Er hat das bewiesen. Mhm. Interessant. Da, wo ich runterfalle, benutze ich einfach das Ding, um hochzukommen. Ganz klar. Und zwar hier fällt man irgendwo runter. Da nämlich. Gut. Das merken wir uns. Hier und es geht bis dahin. Und... Wir benutzen... Number one. Shit. Yep. 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 Und haben wir vier? Haben wir vier? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hau ab. So, haben wir vier? Haben wir vier? Haben wir bitte vier? Oh mein Gott, wir haben vier! Viermal volle Energie. Wenn ich sowas im ersten Megaman gehabt hätte, hätte ich deutlich bessere Chancen gehabt beim letzten Kampf und ich hätte es auch eventuell geschafft. So, aber... Naja. Egal. Ihr wisst ja, was passiert ist. La, 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 la. Äh... Ähm... Äh... Aha. Aha. Ja, hu, hu. Uuuh. Wurf. Moment. Ich überleg mir was und ich habe was. Eins waren die, zwei war mein Jet. Ich nehm mein Jet. Ich nehm mein Jet. Oh Gott, oh Gott, drück nach oben, drück nach oben, fang, fang, drück nach oben. Gut. Und wir laden auf ihn. Wir landen nicht, wir laden auf ihn. Doch, wir laden ihn noch ein zu unserer persönlichen Stehparty. Hier nämlich. Und landen jetzt auf ihn und lassen uns hier ein wenig treffen und springen. Oh Gott, das war so knapp. Und noch mehr. Und noch mehr. Scheiße. Fallen lassen. Danke. Wir nehmen eins. Weil... Hier, hier, so. Okay. Bitte blink noch nicht. Gut, danke. Sehr gut. Ich möchte die ganzen Fehler, die ich... Oh nein. Und jetzt mitgegnern. Na, das ist lustig. Und... Wie soll ich die besiegen, bevor das Teil kommt? Jetzt. Gut. Und er trifft mich dennoch. Scheiße, scheiße, scheiße. Nicht runterfallen. Danke. Töten. Und... Kacke. Schaffe ich das? Zwei. Nein. Gut. Nein. Nein. Was ist da... Was für ein Kack war das denn bitte? Aber egal. Ich wäre so oder so gestorben. Scheiße, 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 scheiße. Oh, das ist übel. Das ist übel. Das ist richtig übel. Weil wenn ich jetzt sterbe, sind alle meine vier Energietanks weg. Und das will ich ums Verrecken nochmal nicht. Wirklich nicht. Also da hat sich das Spiel echt was Feines für mich ausgedacht. Ähm... 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 Ja. Puff. Hüpf. Sehr gut. Ähm... Erstmal lande ich auf ihm und dann kann ich entscheiden, was ich dann mache. Ja. Okay. Oder ich mache so, drücke jetzt und nehme jetzt schon mal eins in der Hand. Sehr gut. Oh Gott, ich dachte... Hüpf. Hüpf. So. Oh. Oh. Okay. Oh Gott. Jetzt also wieder warten auf den Kack und dann... Ich rüste mich schon mal mit zwei aus. Genau. Ne, ich rüste mich mit den... Ja, weil da war ja noch einer, den ich aus dem Weg räumen wollte. Gut. Okay, okay. Beeil dich. Oh Gott, das Verrecken, beeil dich. Beeil dich. Jetzt. Ja. Du triffst mich. Das ist okay. Ich drücke nach da hin. Dich habe ich getroffen. Jetzt start. Jetzt... Zwei auswählen oder eins. Eins ist, glaube ich, jetzt besser. Eins. Nein! Ah, no. Gut, jetzt mache ich es mal vielleicht so, wie es vorgesehen war. Dafür gucke ich mir jetzt den Raum an und gucke mal, wie man normal springen sollte. Tut mir leid, wenn ihr das seht und ihr sagt wieder, ey, du hättest doch einfach da an der Stelle den benutzen können. Jetzt ist es mir scheißegal. Jetzt kann ich auf so einen Kommentar gerne verzichten. So, ich benutze jetzt keins von diesen Kackteilen, was ich habe im Inventar. Auch bekannt als meine Special Weapons oder whatever. I know not. Nothing. I know not. Hm. I know not. Leck mich. Gut, danke. Oh, Mann. Das ist echt ein Krampf. So. So. Von denen. Wie viel Leben? Oh, Gott. Noch einmal sterben und dann war es das auch. Dann sind meine Energietanks weg. Und dann ist meine Laune auch weg. Weil eben gerade hatte ich unschlagbare Laune wegen den Energietanks. Und... Kacke. So, wie kommt er? Er kommt dann da und da und da. Ja, einfach warten, Funkroyal. Wie wäre das? So, beim Runterspringen schieße ich dich jetzt rechts ab. Weißt du das? Weißt du das, Freundchen? Ja, damit rechnest du jetzt nicht, wa? Und ich auch nicht. Nein! Leckt mich doch mal bitte richtig... Oh, nein! Meine Energietanks, ihr wart so schön. Game over. Und nicht auf Stage Select. Funkroyal, sei klug. Continue. Ich gucke nach. Funkroyal, ober und out.